Die Geschichte darüber, wie das Flugzeug zum Pentagon kam, ist völlig absurd. Es ist schwer vorstellbar. Wie sollte die Maschine den Anflug auf die Seitenwand des Pentagon meistern, wenn sie dazu um 270 Grad wenden musste? Und das bei einer Geschwindigkeit von rund 800 Stundenkilometern? Das ist ein echt schwieriges Manöver. Ich sage Ihnen, ein Pilot mit tausenden Stunden Flugerfahrung bräuchte wahrscheinlich 10, 20 Versuche. Ein richtig geschickter Pilot mit tausenden Flugstunden bräuchte wahrscheinlich 10, 20 Mal, bevor er dieses Manöver hinkriegt. Eine 757 ist nicht auf so etwas ausgerichtet. Sie ist darauf ausgerichtet, wie ein Kreuzfahrtschiff durch den Himmel zu fahren. Sie ist nichts für Flugakrobatik. Mit grossen Fliegern kann man keine Kurven kratzen. Als die Fluglotsen bei der Anflugkontrolle von Dulls sahen, wie das Zielobjekt hereinkam und eine Schleife flog, da sagten sie, das ist ein Kampfflieger, weil Militärflugzeuge so etwas fliegen können. Sie haben Autopilot, Fernsteuereinrichtung, kurz die baulichen Voraussetzungen für Luftakrobatik. Die Geschwindigkeit, die Manövrierfähigkeit, das Wendemanöver. Wir im Radarraum waren allesamt erfahrene Fluglotsen und jeder von uns dachte, es handele sich um ein Militärflugzeug. Eine Absurdität jagt die andere. Ein weiterer klärungswürdiger Punkt betrifft die Höhe, auf der die Maschine flog. Angeblich soll sie einen Kilometer lang, sechs Meter über dem Boden geflogen sein. Wobei die Beschaffenheit des Geländes verlangte, dass sie über einen Hügel hüpfte. Dann flog sie über eine Autobahn und erreichte das Ziel ohne weitere Schleifen, denn die wären sich nicht mehr ausgegangen. Angeblich bewegte sich Flug 77 mit 530 Meilen pro Stunde, also mit 460 Knoten. So etwas geht gar nicht im Tiefflug. Wenn man hoch oben ist, kann man beschleunigen und zu schnell fliegen. Aber nicht weit unten. Dort ist die Luft zu dicht. Ich fordere jeden Piloten heraus. Er soll mit einer Boeing 757 bei 400 Knoten eine halbe Meile lang sechs Meter über dem Boden fliegen. Keine Chance. Es ist aerodynamisch unmöglich. Die Geschichte darüber, wie der Flieger das Pentagon getroffen haben soll, ist Unsinn. Busch überraschte die Komplexität einiger Manöver, vor allem Hansjurs Blitz-Tiefflug ins Pentagon. Nachdem Hani Hansjur als Pilot des Fliegers identifiziert worden war, bezeugte sein Flugausbildner, dass der Schüler nicht mal einmotorige Kleinflugzeuge steuern konnte. In Kern fehlte die Erfahrung, um solche Manöver zu fliegen. Selbst wenn es das Flugzeug erlaubt hätte. Der Mann konnte gar nicht fliegen. Man kann nicht aus einer 172 steigen und einen Jet manövrieren, den man nie zuvor geflogen hat. Wenn sie mir zeigen, wie man eine Weihnachtsgans zerlegt, kann ich deshalb auch kein Herz transplantieren. Selbst wenn wir annehmen, dass so ein inkompetenter Pilot die Gelegenheit bekam, eine Boeing 757 zu fliegen, es bliebe zu klären, wie er in einen Luftraum eindringen konnte, der besser gesichert ist als jeder andere auf der Welt. Kein Flugzeug unbekannter Herkunft kommt dem Pentagon oder dem Weißen Haus nahe. Ausgeschlossen. Der Washingtoner Luftraum P56 ist eingeschränkt wie kaum ein anderer. Er hat ein Radar-Zielverfolgungssystem und ein separates militärisches Abwehrsystem. P56 ist der gesperrte Luftraum um das Pentagon und das Weiße Haus, ein extrem sensibles Terrain. Im Prinzip gibt es kein Flugzeug, das durch diesen Raum fliegen darf. P56 besteht aus einer Flugüberwachungszone in einem 50-Meilen-Radius über dem District of Columbia, einem gesperrten Luftraum in einem 17-Meilen-Radius um das Washington Monument und einem gesperrten inneren Luftraum in einem 3-Meilen-Radius rund um das Capitol. Der Raum ist praktisch undurchdringbar wegen der Bedeutung der Gebäude. Das ist wie das Neumannsland der Luftfahrt. Niemand fliegt dort hinein. Es gibt F-16 und F-18-Jäger auf der Andrews-Luftwaffenbasis 10 Meilen südlich von Washington. Ebenfalls dort vor der Küste ist das 113. Jagdgeschwader der Luftnationalgarde. Beide Einheiten waren an dem Tag auf ihren Posten und reagierten erst, als das Pentagon getroffen war. Und abgesehen davon hat das Pentagon seine eigene Luftverteidigung. Falls irgendein Flugzeug in die Nähe des Pentagon kam, warum haben die dortigen Batterien keine Flugabwehrraketen abgefeuert, um das Gebäude zu schützen? Immerhin ist es das bestgesicherte Gebäude des Planeten. Das Flugzeug muss ein Militärflieger gewesen sein, denn nur solche können das Signal des IFF-beziehungsweise Freund-Feind-Erkennungssystems erwidern und als Freund erkannt werden. Nur ein Militärflieger wäre befugt, sich dem Gebäude zu nähern. Es gibt zwei Systeme, die von Überwachungsradaren erkannt werden. Das eine arbeitet mit zivilen, das andere mit militärischen Transpondern. Militärische Transponder sind IFF-Transponder. Zivile Flugzeuge haben keinen IFF-Transponder. Sie sind nicht damit ausgestattet. Wenn also eine 757 ins Pentagon geflogen wäre und ihren zivilen Transponder ausgeschaltet hätte, so fehlte ihr immer noch der militärische Transponder. Insofern wäre sie ein Hauptziel gewesen. Ein Hauptziel in diesem Luftraum hätte abgeschossen werden müssen. Das zeugt von konsequenter Nicht-Einhaltung der Standard-Vorgehensweise von Flugaufsichtsbehörde, Luftverteidigungskommando, P-56 und Pentagon. An einem Tag, dessen Vorfälle ab 9.05 Uhr landesweit als Terroranschläge galten. Das ergibt keinen Sinn. Was hat es getroffen? Was geht hier vor? Nie hat jemand irgendwo oder irgendwann im Laufe der Ermittlungen klar gesagt, dass es sich um American Airlines Flug 77 handelte. Man geht davon aus, man nimmt es an. Man sagt, wir glauben, so war es. Die Fluglotsin Daniel O'Brien, die auf dem Radar sah, wie das nicht identifizierte Objekt mit Hochgeschwindigkeit vom Westen hereinflog, konnte nicht wissen, was es war. Es gab nur ein Primärradarsignal. Der Transponder des Sekundärradars war abgeschaltet. Falls Flug 77 wirklich für 36 Minuten vom Radar verschwand, so wie das die Fluglotsin aussagte, dann war er entweder nicht mehr in der Luft oder er flog unter dem Radar, eines von beiden. War das Flugzeug irgendwo gelandet, in einem entfernten Feld? In diesem Fall wäre es logisch, dass der Flieger 36 Minuten vom Radar verschwand. Ansonsten gibt es kaum eine Erklärung dafür. Im Lichte dessen, was wir eben gesehen und gehört haben, erscheint die offizielle Darstellung des 11. September dürftig. Wir wollen, dass die Fakten auf den Tisch gelegt werden und vor allem, dass der Fall ordentlich untersucht wird. Im Grunde wollen wir, dass uns endlich jemand die Wahrheit sagt. Die US-Regierung steckt jährlich 892 Milliarden Dollar in die Verteidigung ihres Volkes und Territoriums. Die USA sind militärisch abgesichert wie kein anderes Land auf der Welt. Bush selbst sagte das. Und trotzdem, am 11. September wurde das Herz Nordamerikas aus der Luft angegriffen und 3000 hilflose Amerikaner starben auf eigenem Boden. Wäre ich im Kongressausschuss gesessen, der die Anschläge vom 11. September untersuchte, die einzige Frage, die die Luftstreitkräfte und das Luftverteidigungskommando nicht hinlänglich beantworten konnten, ist, warum die Kampfflugzeuge nicht automatisch abhoben, als man herausfand, dass die ersten Flugzeuge entführt worden waren. Wann immer ein Linienflugzeug von Kurs abkommt, die Funkverbindung unterbrochen wird oder das Transpondersignal verloren geht, wann immer eines dieser drei Dinge eintritt, ist das Flugzeug abzufangen. Am 11. September passierten all diese drei Dinge und trotzdem gab es kein Abfangmanöver. Die Flugzeuge flogen 20 Minuten bis eineinhalb Stunden, ohne je abgefangen zu werden. eine Stunde und eineinhalb Stunden, ohne überhaupt zu werden.